Yo liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier und heute habe ich mal wieder ein Mario Odyssey Video für euch vorbereitet. Und zwar wurde vor kurzem in der Mario Odyssey Community ein extrem spannender Glitch gefunden, den ich sofort ausprobiert habe und euch heute zeigen werde, Leute. Und das werde ich auch in der Zukunft machen, wenn neue, große, wirklich spannende Glitches rauskommen, beziehungsweise gefunden werden, werde ich sie nachspielen und euch hier zeigen in Form eines Videos. Und der von heute ist wirklich sehr verrückt. Ihr müsst das Spiel erstmal neu starten, beziehungsweise ihr müsst ins Cascade-Königreich kommen, ohne diese eine Steinbrücke runterzulassen. Und ich habe schon mal so ein Video gemacht, dass man ja normalerweise nicht auf die eine Plattform rüberkommt und zwar nur mit der Steinbrücke. Da oben ist nämlich so eine unsichtbare Wand, aber da gibt es auch eine kleine Lücke, dort kann man sich durchdrücken und genau das müsst ihr wieder machen. Ihr müsst vom Wasser Cappy schmeißen. Wenn Cappy dann zurückkommt, könnt ihr aus dem Wasser höher springen, das ist sehr wichtig, dieser Trick. Dann müsst ihr genau an der Wand springen, wie ich hier springe, euch da durchdrücken, so und dann seid ihr schon oben auf dieser Plattform und den Glitch habe ich euch ja schon mal gezeigt, dann könnt ihr oben zum Boss. Aber darum geht es gar nicht. Ihr seht ja die Odyssey, wie sie noch so antik in der Wand verbaut ist, beziehungsweise über die Jahre verwachsen wurde. Und normalerweise braucht ihr ja erstmal fünf Monate, um in die Odyssey zu kommen, um sie wieder funktionstüchtig zu machen. Aber mit dem Glitch, den ich euch jetzt zeige, könnt ihr jetzt schon so in die verrottete Odyssey rein. Einen großen Teil habt ihr schon getan, ihr seid nämlich hier auf dieser Plattform oben schon drauf und seid durch diese unsichtbare Wand gesprungen. So, weiter geht es mit dem Glitch. Es gibt eine bestimmte Stelle, die ich euch hier zeige und ich habe sie gleich beim ersten Mal zufällig getroffen. Dort könnt ihr einfach eine Stampfattacke machen, ihr klippt durch den Boden und seid dann out of Map, Leute, ja? Ihr seht es hier, ich bin sofort runtergeschossen worden und war dann in diesem Raum, wo die Kiste ist, die eigentlich noch gar nicht zugänglich für mich ist und habe dann da schon den Mond geholt, den ich normalerweise gar nicht kriegen kann. Sprich, ich war gefangen in diesem kleinen Steinkäfig, deswegen musste ich mich wieder neu teleportieren, das Ganze von vorne machen, so. Wieder an die Stelle, wieder die richtige Position gesucht, eine Stampfattacke gemacht und ihr landet dann in so einem Wasser, was aber unter der Map ist und dann müsst ihr einfach zu der Stelle schwimmen, die ich euch hier zeige. Und ihr müsst versuchen, nicht das Wasser zu berühren rechts, weil das euch wieder in die Map reindrückt. Dann gibt es hier einen kleinen Block, auf den ihr raufspringen müsst. Ihr seht es hier, dort kann Mario feststehen. Und von diesem Punkt aus müsst ihr auf diese kleine grüne Spitze und zwar dort, wo der Schatten noch ist, weil wenn ihr ein bisschen zu weit reinläuft, dann seid ihr wieder in der Map, beziehungsweise dann müsst ihr das Ganze von vorne machen, weil ihr dann wieder in die Map reingedrückt werdet. Und ihr seid ja hier auch schon in so einer Art kleinen Odyssee. Und von dieser kleinen grünen Ecke bringt ihr nun auf dieses große Sandviereck. Und dort seht ihr auch die Odyssee Antique von hinten, was eigentlich gar nicht so vorgesehen ist, weil sie ja eigentlich zur Hälfte noch im Stein ist. Aber fällt euch gleich mal was auf, und zwar die Odyssee hat ja hinten eigentlich so einen Auspuff, den man ja auch als Eingang benutzen kann. Und genau das machen wir uns gleich zunutze. Und zwar seht ihr erstmal jetzt die Odyssee richtig von drin, könnt ihr so reingucken und dort seht ihr noch so verrottet aus und so. Und ihr denkt auch schon, ihr seid wieder in der Map, aber seid ihr gar nicht, Leute. Ihr seid in diesem Felsen, der später auch verschwindet, wenn ihr wieder ins Cascade-Königreich fliegt. Dann müsst ihr nur noch ungefähr schätzen, wo der Auspuff ist. Ihr seht ihn nämlich nicht, dort müsst ihr dann eine Stampfattacke machen und ihr seht, wie Mario einfach reingedrückt wird in die Odyssee. Und siehe da, Leute, man kann es schaffen, man kann in die Odyssee, obwohl die Odyssee nicht mal betriebsbereit ist. Ihr seid jetzt in der Odyssee drin, obwohl ihr gar nicht rein könnt, theoretisch. Das ist der Glitch. Ihr könnt sogar an den Kleiderschrank, ihr könnt komplett dort rumspringen, wie ihr wollt. Wenn ihr wieder rausgeht, ist alles so wie vorher. Probiert's mal aus, Leute. Das war's mit dem Glitch für heute, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Ciao und tschüss.